Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf dem NIRZ-Hilf-Kanal zu einer neuen Videoanfrage von dem Paul. Er hatte nämlich gefragt, ob ich eine Gehaltstabelle, also eine Tabelle erstellen kann in Numbers, wo wir zum Beispiel die Arbeitszeit von einem Mitarbeiter ausrechnen und diese mit einem Stundenlohn multiplizieren, so dass wir die Gesamtkosten für den Arbeitstag oder für die gearbeiteten Stunden einmal errechnen können. Und das zeige ich euch einmal in diesem Video. Ich habe für diese Anfrage einmal folgende Tabelle erstellt. Ich habe hier einmal ein Dokument aufgemacht mit zwei Blättern drin. Auf dem ersten Blatt finden wir einmal diese beiden Tabellen. Hier habe ich einmal zum Beispiel gezeigt, wie ich es quasi vornehme. Nehme ich einmal hier die Anfangszeit, dann einmal die Endzeit. Dann lasse ich ausrechnen, wie lange wir hier gearbeitet haben. Und ja, den Stundenlohn ist jetzt natürlich einfach nur ein ausgedachter Stundenlohn. Der muss natürlich jetzt nicht angepasst sein. Ihr müsst natürlich den richtigen Stundenlohn, den ihr natürlich verteilt, einmal eingeben. Und zu guter Letzt haben wir hier die Gesamtkosten. Auf dem zweiten Blatt habe ich hier einfach die ganzen, man muss es nicht machen, ich habe es jetzt aber einfach gemacht, die Stammdaten der Mitarbeiter, wo wir hier zum Beispiel einmal Mitarbeiter Nummer, Mitarbeiter A, B bis D haben. Und hier die ganzen, ich sage mal, wichtigen Informationen, zum Beispiel Name, Vorname, den Geburtstag, die Straße, also beziehungsweise die Adresse. Kommen wir also einmal zurück zu unserem ersten Blatt. Wo wir hier jetzt einmal Mitarbeiter A, B, C und D haben. Wir können natürlich auch einmal mehrere Mitarbeiter anlegen. Dementsprechend müssen wir auch die Tabelle größer machen. Und wir kommen dann auch schon zum ersten oder zu den ersten beiden Spalten. Nämlich einmal die Anfangszeit und Endzeit. Hier müssen wir jetzt natürlich einmal unsere Zeiten oder unsere Anfangszeiten einmal eingeben. Hier in diese beiden Tabellen, beziehungsweise in diese drei Tabellen, müssen wir einmal Stunden anzeigen lassen. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier alle Felder markieren, sodass die alle umrandet sind. Und dann gehen wir unter Format und Zelle, also hier in der rechten Formationsleiste. Und gehen dann einmal unter Datenformat auf Datum und Uhrzeit. Nun müssen wir uns hier erstmal überlegen, welche Arbeitszeiten wir überhaupt haben. Haben wir denn zum Beispiel eine Nachtschicht mit drin? Wenn ja, dann müssen wir hier das Datum mit drin lassen, weil ansonsten erkennt unsere Tabelle nicht, dass wir über Nacht gearbeitet haben zum Beispiel. Wenn nun natürlich, oder sofern es nicht der Fall ist, dass wir Nachtschichten haben, dann machen wir bei Datum einmal auf Ohne. Und die Zeit lassen wir einfach so. Nun können wir hier einmal unsere Zeit ausrechnen. Wenn wir also jetzt hier um 9 Uhr angefangen haben und bis 18 Uhr gearbeitet haben. Ich sage mal, man kann auch einfach 9 Uhr eingeben und dann hier 18 Uhr. Also 9 und 18. Man kann auch hier sagen, in Stunden zum Beispiel, dass man nur die Stundenanzahl angibt. Wir können jetzt aber auch hier sagen, dass wir um 10.30 Uhr angefangen haben und bis 12 Uhr gearbeitet haben. Nun haben wir jetzt hier einmal die Anfangs- und Endzeiten für die drei Mitarbeiter. Nun müssen wir die aber auch ausrechnen. Das machen wir eigentlich ganz einfach, indem wir in Arbeitszeit in Stunden und Minuten gehen. Wir tippen ein Ist-Gleichzeichen ein und dann öffnet sich automatisch der Formeleditor. Den brauchen wir natürlich nicht. Es sei denn, du möchtest dir die Formel raussuchen. Da kannst du es natürlich machen. Wir machen jetzt einmal die Endzeit minus die Anfangszeit. So können wir nämlich die Arbeitszeit in Stunden ausrechnen. Das müssten jetzt hier von 9 Stunden sein. So und schon gibt uns automatisch Numbers mit der Rechnung aus, wie viele Stunden wir gearbeitet haben. Das sind jetzt hier zum Beispiel 9 Stunden. Wenn wir jetzt hier mal weiter runter gehen, sehen wir hier auch 9 Stunden bei der zweiten Zeile, weil wir hier auch keine richtigen Stundenformate drin haben. Wir haben hier einfach nur 9 Uhr und 18, also 9 und 18 eingegeben. Dementsprechend kriegen wir auch keine Stunden ausgerechnet oder ausgegeben. Wir kriegen sie ausgerechnet, aber nicht richtig ausgegeben. Wir müssten jetzt einmal hier wieder 0,9, Doppelpunkt 0,0, weil so erkennen wir ja auch die Digitaluhr zum Beispiel. Und hier geben wir jetzt einfach 15,45 ein. Und schon wird ausgerechnet und uns ausgegeben, dass wir 6 Stunden und 45 Minuten gearbeitet haben, weil wir das Originalformat von unserem Datum und Uhrzeit einmal eingegeben haben. Hier unten können wir noch einmal jetzt mal ausprobieren. Wenn wir von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens gearbeitet haben, gibt er uns aus, dass wir minus 16 Stunden gearbeitet haben. Das Format ist dann dementsprechend falsch, wenn wir zum Beispiel Nachtschichten haben. Deswegen müssen wir hier einmal das Datum mit einfügen. Das ist vollkommen egal, welches Datum ihr benutzt. Wichtig ist nur, dass der Wochentag, also das Tagdatum, also 5 oder 5.1. oder 6.1., dass das drin ist, damit auch die Formatierung genau so übernommen wird. Wenn wir jetzt hier also hier 5.1.16 einmal eingeben bis 2 Uhr und hier auch einmal unter Datum 5.1.16 eingeben und wir machen jetzt hier einmal den 2.1. draus. Sehen wir, haben wir 8 Stunden gearbeitet, weil wir hier das Datum konkreterweise angegeben haben. Und so Numbers weiß, oh, ich muss also, weil die Zeit geht ja 24 Stunden, er hat um 18 Uhr angefangen, dann habe ich 6 Stunden bis zur 0, also bis 0 Uhr und dann 2 zusätzliche Stunden, das sind dann 8 Stunden. Also haben wir 8 Stunden gearbeitet. So, nun ist es ja schön und gut, jetzt haben wir hier die Arbeitszeit in Minuten, sodass keiner mehr bescheißen kann, von wegen, dass er länger geblieben ist. Nun müssen wir auch noch die Arbeitszeit, die wir gearbeitet haben, und den Stundenlohn zusammenrechnen. Das machen wir, indem wir Gesamtkosten, indem wir wieder das Istgleichzeichen eintippen und dann Stundenlohn und jetzt mal die Arbeitszeit. Jetzt können wir natürlich einmal auf Istgleich drücken und schon haben wir automatisch unseren Preis ausgerechnet. Wenn wir das jetzt hier runterziehen, ich mach das mal so, wird es automatisch für jeden ausgerechnet und wir haben einmal unsere Gesamtkosten für die Arbeitsstunden, beziehungsweise für den Stundenlohn. Und so rechnest du in Numbers den Stundenlohn aus. Wir brauchen also einmal zwei Tabellen, wo wir die Anfangszeit unserer Arbeit drin haben und die Endzeit unserer Arbeit. Dann rechnen wir die Differenz von Endzeit und Anfangszeit aus. Das heißt also, dass wir die Endzeit minus der Anfangszeit benutzen müssen oder rechnen müssen, damit wir die Differenz bekommen. Und diese Arbeitszeit müssen wir dann mit dem Stundenlohn multiplizieren. Ich habe es jetzt gemacht, natürlich Stundenlohn mal Arbeitszeit. Du kannst es auch andersrum machen und dann haben wir in Gesamtkosten ausgerechnet, wie viel wir nun an Geld zahlen müssen. Und das ist eine Gehaltstabelle in Numbers. Ansonsten, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare oder auf Twitter einfach at nilsber oder sogar per E-Mail an die Info at nilzhilf.de und dann werde ich auch per Mail eure Fragen beantworten. Ansonsten sehen wir mich jetzt hier wieder am Abblendbildschirm, wo wir in der oberen Folge, in der hier, wo wir uns einmal angucken, was iTunes ist. Dort zeige ich euch einmal fünf Tipps für iTunes, wie du iTunes benutzen kannst zum Beispiel. Und in der unteren Folge zeige ich dir einmal, wie du iMessage auf dem iPad oder auf dem iOS-Gerät benutzen kannst. Und damit bedanke ich mich nochmal fürs Reinschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von... Damit bedanke ich mich nochmal fürs Reinschalten. Ansonsten, wenn jetzt noch eine Frage. Und dann sehen wir... Und damit bedanke ich mich nochmal fürs Reinschalten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.